Hey Leute, Ocean hier. Sorry, wenn ich mich so scheiße anhöre, aber mich hat voll die Sommergrippe erwischt, aber ich wollte euch trotzdem nicht die neueste Info über Grand Theft Auto Online und einen neuen DLC vorenthalten. Diesmal geht es um Grand Theft Auto Online Cunning Stunts DLC. Das kommt am 12. und wir werden ganz viele neue Autos, neue Outfits und sämtliche neue Editor Sachen dazu bekommen. Unter anderem werde ich in diesem Video auch die Neuerungen sagen, die mir aufgefallen sind im Trailer und unter anderem sind da natürlich, wie gesagt, die neuen Fahrzeuge, dass wir hier neue Streckenbauweisen haben und komplett anderes Gameplay. Also wir haben sowas wie Power-Ups und es wird ein bisschen wie Mario Kart. Ich will dafür jetzt keine Werbung machen für Mario Kart, aber ich sage es ist einfach mal so, weil es so ist. Und ihr werdet auch im Trailer sehen, falls ihr noch nicht gesehen habt, dass da wirklich so Art Power-Ups bzw. halt verschiedene Arten sind, wo die Autos zum Beispiel anscheinend schneller werden oder wo sie einfach weggeschleudert werden können durch irgendwelche Windräder, die sich in irgendwelchen Röhren befinden. Da schreiben sie dann auch zu tückische Röhren und damit meine ich diese hier. Da befinden sich, wie gesagt, manchmal, je nachdem, denke ich mal, wie man es ausfällt, so Art Ventilatoren drin und wenn man die trifft bzw. wenn man nicht richtigzeitig vorbeikommt, tun diese Ventilatoren euch total wegschleudern und euch umbringen, wenn ihr Pech habt. Ich denke mal, das wird eh immer so sein, also ich denke mal nicht, dass man da noch besonders viel Glück haben wird, dass man da überlebt. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch. Hier seht ihr, wie gesagt, dass es so eine Art Neustreckenbauweise ist. Also anscheinend haben wir auch so vorgefertigte Strecken. Es sieht jetzt nicht aus, als wären es einzelne Teile zusammen verbunden, sondern einfach nur vorgegebene Strecke, die schon so einigermaßen editiert wurde, wo man noch nacheditieren kann. Natürlich steht da nichts fest, aber es kann natürlich auch sein, damit es einfach eine komplett andere Strecke ist, die wir editieren können, wie wir wollen. Ich denke mal auch, es kann so sein, dass man einfach so eine Strecke anzieht, halt so eine Strecke anfängt zu ziehen, wie in SimCity und dann so lange zieht und dann die Maus loslässt oder was auch immer loslässt, damit diese Strecke dann über diese, diesen Bereich, wo ihr ausgewählt habt, natürlich dann fertig gebaut wird und ihr da nicht weiter was machen müsst. Gesehen habe ich unter anderem neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Art Saline oder was auch immer das darstellen soll. Es sieht aus wie ein Saline S7. Ich kenne mich in Sachen Saline gar nicht aus und meine Nase geht auch gerade total wieder zu. Also wie gesagt, es tut mir echt leid, dass ich mich so scheiße anhöre, aber mich hat es total erwischt. Und ja, ich habe auch einen Trailer gesehen. Es gibt eine Art Fiat 500, ich denke mal so eine Art Fiat 500 Abarth soll es eher sein, nicht der normale. Und ein Audi 100 Urquadro habe ich auch gesehen. Natürlich sind die Autos alles unbenannte Fahrzeuge in GTA, aber man wird ja sehen, was da rauskommt. Hier bei diesem Fahrzeug ist mir besonders aufgefallen, dass da steht Fuccaro. Also scheint wirklich auch eine neue Marke zu sein. Ich glaube, diese Marke gibt es bis jetzt noch nicht in GTA Online, beziehungsweise allgemein in GTA. Aber ich kann mich da natürlich auch täuschen. Ich habe schon mal Videos gesehen, wo sie angezeigt wurde, aber ob ich jetzt hier da bestimmt sagen kann, ob es die schon gibt oder so. Also, ja, da bin ich mir halt wirklich nicht sicher. Das tut mir dann auch leid, dass ich da nicht viel besonders zu sagen kann. Aber das sind halt die ersten Neuerungen, die mir aufgefallen sind. Und ja, das DLC kommt wirklich am Zwölften. Und hier seht ihr nochmal das rote Fahrzeug in der Mitte. Ist dieser Audi 100 Urquadro natürlich von Obey dann in dem Sinne. Sieht auch nicht ganz so aus. Und ja, bei mir geht gerade das Telefon. Das muss jetzt kurz warten. Hier seht ihr noch den Tampa und hinten seht ihr noch einen coolen Truck. So, das ist der Fiat 500, wo ich vorhin geredet habe. Hier ist eine Art Sanchez, ein anderes Motorrad, aber also vorne fehlt was. Also so ein Stump-Motorrad. Und ja, das war es schon zu diesem DLC-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst euch bitte ein Like da, trotz meiner totalen Grippe. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut!